Dieser Volkswagen Golf ist hier zum Verkauf angeboten. Die schwarze Limousine ist 5-türig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 137.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2012. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Navigationssystem, Einparkhilfe, Partygefilter und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 170 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,9 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne mehr. Auf Wiedersehen.